Nachdem du zu Beginn beginnst, nehme ich sie zu einer sichereren Artikel. Ich werde sicherlich nach oben und komme zurück für dich, wenn du eine Top-Side machen möchtest. Kommt, wir werden neue Informationen, so lange das Signal erholt. Den will ich natürlich nicht abschießen, gell? Sondern rennen wir es hinein. Was? Wo hin? Da um mich. Ich weiß auch, fahr mal ihn an und dann bin ich unten. Seht ihr es? War halb so teigisch. Dann werde ich mal nach meinen Teamsuchern. Wie hab denn das da? Riesenmatten. Warte mal, das sind wir. Das sind wir keine Mutten. Wer noch? Ich gebe ihnen den Grillfeier. Extra für den Xenomorphen. Da noch einer. Der Lümmel. Nein, Xenomorph brennt wie die Zunde, gell? Das ist der Vorteil. Das ist erst mal das Mutten. Aus dem Weg. Jetzt komm ich. Ich will nämlich in den Aufzug. Gut, der geht nicht. Was? Ein defekter Aufzug. Ach so. Ein Aufzug, den man erst aktivieren muss. Ja gut. Dann ist alles um. Bumm hoch, oder? Ab ins Verderben. Das ist ein altes Anzeichen. Das ist ein altes Anzeichen. Sie verabschieden sie nachdem die POC nachgedritten. Diese Ruins sind älterne. Tens von tausend Jahren. Sie sind geothermalt energie, Wir benutzen unglaublich sophistikate Reaktoren. Wir haben noch nie begonnen, diese Technologie zu verstehen. Wir wissen sicher, dass die Bugs nicht indigenöse zu diesem Planeten. Wer hier lebte, muss sie verbreiten. Ich glaube, sie sind in... Komplikationen. Meine Begrüßung. Wie gefällt euch das? Ein heißes Alien. Ich glaube, sie ist da. So, mein Kumpel, bist du von meinem Team? So, diese Sau. Ich höre dich ein. Du Schwein. Das ist so schön. Das war ein Androide. Aber, der hat auf mich geschossen. Ich glaube, wie schießt er mein Feind, gell? Ganz einfach. Jetzt haben wir da einen Weg und... Einen Weg, gell? Warte auf, nach links. Links wartet mein Verderben. Ich habe den nicht da. Das ist ein Tor. Wir gehen. Geht hier, da. Ich habe den Grifffeier. Nach Ort des Hauses. Genauso, wie ich den gesehen habe morgen voll geht. Das Portal ist die Kraft. Die Termine ist nicht verbotort. Ich habe einen neuen Auftrag. Und sie sagt zu mir... Ich muss dieses Alien-Ding zerstören. Zerstören und vernichten. Mein Spezialgebiet. Ah so, ich weiß schon. Pass auf, ich muss gerade diese Dinger wegschießen. Ganz einfach. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Alien gebaut haben, oder? Dieses Ding da. Hör mal drauf. Das noch. Und jetzt drüber. Los. Ich schnauze doch. Dieses Ding fliegt in die Luft, gell? Oh, scheiße. Ein paar farte Gäste. Die wollen ein bisschen grillen, gell? Die sind dann extra zum Grillen gekommen. Da gibt es ein heißes Alien am Spieß. Eine Delikadesse. Besuch von oben. Oh. Eindeutig in den Schädel. Ja, pass auf. Von da bin ich gekommen. Die sind da. Das heißt, ich muss noch da. Da sind sie. Wo haben wir die Madels? Geht mir hehto. Ach so, die liegen schon. Oh. Schau dir dieses Alien an. Wie das Alien brennen kann. Oh. Mitten in den Rücken. Ja, pass auf. Jetzt haben wir gleich. Bisschen nachschluck. Oh. Oh. Oh, das ist sie. Steck mehr. Ja gut. Das ist das gleiche Spiel, gell? Oh. Oh. Und dann da die Song. Dann sind wir doch richtig sauer. Ich mein, das war der. Oh gut. Die Song läuft. Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Ein großer Lümmel. Oh, wie ist das? Das Problem ist, mir geht nicht bald das Napalm aus. Kein Napalm mehr am Morgen. Das heißt, noch mehr kommen und sorgen. Oh Gott. Wir bringen mich um. Die Schwäne. Oh. 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 Sch traurig. Oh. Auf der Sessa. Oh Gott. Wir sind wieder oder sie. Weiggepostalt, gell? Das erste. Also ich glaube mal, es gibt gleich einen mächtigen Anschlag. Ah, hier wieder. Ein Trotter vom Dienst. Ich habe Probleme auf meiner Hand. Ich glaube, ich habe keine Probleme mehr. Hier wieder. Jawoll. Das ist nur die Maike, wenn die Fetzen fliegen. Wer stört? Da kann er mehr. Jetzt muss ich. Oh Gott. Alter, ich stößt ab. Mein privater Absturz. Das ist ein Exo-Suit. Frosty? Ist das du? Frosty? Ist das du? Frosty, schau mal! Das ist großartig. Schön, Frosty. Wir sind in einem tiefsten Ort. Sie kommen noch immer. Gott, verdammt. Bleib fokussiert, Marines! Ja, gut. Ich bin nicht abgeschützt. Und meine Maschine ist im Arsch. Schön, Dreck. Ja, sag mal. Jetzt habe ich gerade noch ein Messer und eine Pistole. Da bist du narrisch. Oh Gott. Jetzt habe ich zumindest eine Lampen. Immerhin. Es sollten am besten keine Aliens kommen, gell? So machen ich aber ein mächtiges Problem. Ja, aber sind die schön. Der Brutraum. Wollt die Königin? Wo zur Hölle ist die Königin? Der treibt die Faxen aus. Ja, wo sind das da? So. So schaut das an. Der Spastjockey. Der berühmt-berüchtigte Spastjockey. Eine Legende. Da habe ich einen Minigun. Oh Gott, die Königin. Oh Gott, die Königin. Wo waren die jetzt? Wo haben wir Munition? Wo haben wir was? Geh damit. Oh Scheiße. Da brauche ich! Pistole. Ah Gitt. Da bin ich sauer erschossen. Ich muss nix. Aber dann müssen wir die Flucht antreten. Helfdnick. Gern Sehenswürdigkeiten habe ich keine Zeit. Ich schau mal auf die Fersen. Hä, Bumm. Wollts einmal. Na, die sind ja Kollegen, ha? Die können doch noch nirgends mehr warten. Wieder lauf. Mein Team. Ich soll die Leute nicht kommen. Oh, im Gottes Willen. Wollen wir hier Kanone? Nein. 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 Oh Scheiße. Jetzt muss ich den Graf nochmal machen. Da bin ich nämlich umgebracht, weil ich meine Kanone nicht mehr gefunden habe. Die ist in der Hosentasche verschwunden. Hör auf. Wollte die Minigun. Baby, geh da. Bist du nicht. In der Laufung geht. Ich höre schon. Wollte die, von ihm. Wollte. Eine. Wollte. Wollte. Der wird sich wohl rein. Alter, muss raus. Die bringen mich um. Gib den Aliens Sonder. Also meine Freunde, wie schaut denn aus? Die können nicht warten, gell? Typisch. Jetzt gleich noch ein Schuhchen. Ah ich sehe schon, die Rettung. Die Rettung kommt da. Ja, das. Wolle sind wir dran. Wolle gar nicht. Wie geht das denn? Dann kommt das mal weg. Wenn du noch darf, du spielst mir nicht. Wettet! Wettet ihm schon. www.tomicum.de Get clear, then. Hurry! What are you talking about? I'm on my way! No time. Don't give up, Tomiko. You hear me? They're not going to save this place. I won't let them. Whatever you're doing, stop! Get to the landing bay! What's your first name, anyway? Andrew. Take care, Andrew. Tomiko, out. Tomiko! Tomiko! I'm reading power spikes off the scale. So down, everyone. Tomiko. 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 That's the end of the Marine campaign. The next step is to go as alien. See you later. Bye-bye. Bye!